China ist bekannt für sein immenses Wirtschaftswachstum. Aber woher kommt dieses Wachstum? Innovationstreiber sind wie vielerorts Start-ups. Auch der Internetriese Alibaba begann als chinesisches Start-up. Shanghai besitzt als bedeutendste Industriestaat eine der größten Gründerszenen des Landes. Diese wollen wir kennenlernen und nachhaltig eine Verbindung schaffen. Wir sind die Pioniergarage, die Hochschulgruppe für Entrepreneurship am Karlsruher Institut für Technologie. Regelmäßig treffen sich motivierte Studenten, um sich Vorträge von Gründern anzuhören und gemeinsam eigene Ideen zu entwickeln. Viele unserer Pioniere studieren am KIT, einer der besten technischen Universitäten Europas. Dieses Potenzial nutzen wir und unterstützen Studenten bei ihren Gründungsvorhaben. Dadurch entstanden schon viele erfolgreiche Start-ups. Um neue Kontakte zu knüpfen und uns vom Gründergeist anstecken zu lassen, wollen wir mit 15 Pionieren unserer Hochschulgruppe die pulsierende Start-up-Szene Schanghais erkunden. Hierzu werden wir einige Start-ups besuchen. Wir wollen verstehen, welche Besonderheiten den chinesischen Markt prägen und was die Gründerkultur in China ausmacht. Wir möchten die Dynamik dieser Firmen und ihrer Produkte ergründen und von ihnen lernen. Dabei wollen wir einen Teil des Start-up Spirits in die Technologieregion Karlsruhe mitnehmen, um die deutsch-chinesischen Beziehungen weiter auszubauen. Allerdings fehlt uns dazu noch ein wichtiger finanzieller Baustein. Deshalb brauchen wir eure Hilfe, da wir als Studenten in einer gemeinnützigen Hochschulgruppe nur ein begrenztes Budget haben. Mit eurer Hilfe können wir es schaffen, unsere zweiwöchige Tour zu realisieren und so uns und die Gründungsregion Karlsruhe voranbringen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017